Herr Yadem, was war denn eigentlich da los mit dem Stand-Up-Paddel? Das war doch super. Ja Leute, wir machen doch mal was für einen Körper. Ich finde, wir machen eine der sexiesten Sportarten und das wissen viele und ist einfach Stand-Up-Paddeln. Das ist so schön auf dem Wasser. Berlin auf dem Wasser ist so anders. Hallo, ja, wo ist er? Nee, aber du auch noch so, geht alle vor, geht schon mal. Na, ich bin, ich bin, die sind auf dem Wasser. Ich brauche den jetzt, ich sehe ihn nicht, weil ich bin doch beim Zaun. Hi. Hi. Ja, gut, äh, hältst ein bisschen Abstand? Ja. Ähm, zu den anderen. Okay. Nee, bei mir kannst du, alles gut, zu den anderen, ein bisschen auf dem Board. Versuch ein bisschen sportlich, irgendwie so paddeln auch. Mach mal Paddelbewegung, wie würdest du machen? Nee. So links und rechts? Nein, oben, viel weiter oben, so geiler, ja. Hier? Das sieht aus wie ich. Das sieht doch nicht aus wie meine Nase. Nee, das ist scheiße. Nee, so ist scheiße. Du sahst dann in dem Anzug ganz anders aus. Ja, also auf die, äh, Entfernung. Da fand ich auch, da haben sie keinen guten, keinen guten geholt. Ja. Faro. Hi. Hi. Wie bei euch? Na ja, und dein, dein Fake-Fari, den hab ich natürlich vom Weiten aus 20 Meter Entfernung auf dem Wasser schon erkannt. Was hast du denn so vorbereitet? Links, rechts, geradeaus, mir nach. Das war's von mir und Fari. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei unserer heutigen Get Your Guide Tour und wir waren euch gute Guides. Wir erkunden jetzt noch ein bisschen Berlin vom Wasser aus und falls ihr noch weitere Tipps für Berlin und andere Städte haben wollt, dann geht doch einfach auf getyourguide.de. Ahoi. Aber wo warst du in der Zeit? In der Zeit. Physio. Physio gemacht. Ja. Fari. Na was? Komm, ich hab den ganzen Tag, hab ich gegeben. Für dich. Jetzt, jetzt gönne ich mir auch mal was. Hier. Wir haben ein Boot, Boot gemietet. Get Your Guide. Geht. Beste App der Welt, ey. Oh, das sagt mir keiner. Na dann hätt ich auch alles, da hätt ich auch alles gewusst, ey.